712 Kilometer bin ich in diesen acht Tagen gefahren, 80 Kilometer gerannt, unzählige Kilometer gewandert oder spaziert. Und gerade weil ich sämtliche Eventscheunen und Ritterturniere gemieden und stattdessen nach Bratkartoffeln, Big Bonsais und gereimten Versen für Jubilare in der Tagespresse Ausschau gehalten habe, war vielleicht auch ich auf einer Art Seelenpfad unterwegs. Jetzt schließe ich die Augen und halte einen Moment inne. Als ich die Anfrage bekam, ob ich ein Stipendium namens Oldenburger Landgang antreten wollen würde, habe ich auch zuerst mal gedacht, also Oldenburger Land. Wenn man dann aber den Gedanken sacken lässt, dann merkt man, welche Arroganz man vielleicht implizit immer auch mitgetragen hat, weil man immer nur in die Ferne wollte und da das ganz andere sucht. Man muss sich selber erst mal den Schalter wiederfinden, dass man innerhalb der deutschen Kulturräume bereit ist, mit frischen Augen drauf zu gucken. Deswegen habe ich auch gerne zugesagt. Also von der Ausschreibung des Stipendiums wird man eingeladen, acht Tage hier zu verbringen und zurückzukehren auf eine ebenso lange Lesereise. Vorbereitet habe ich mich, indem ich mir gewünscht habe, möglichst wenig vorab wissen, weil dann habe ich noch den offenen Blick. Also ich bereite meine Wege sehr gut vor, aber ich informiere mich möglichst wenig über die Sehenswürdigkeit selbst. Der Alltag des Reisenden ist eigentlich Arbeit. Reise hat in meinem Fall einen gut durchgetakteten Terminplan, den man sich vorbereitet hat, der immer wieder durchkreuzt wird von Zufällen, Öffnungszeiten, Einheimischen, die bessere Tipps haben. Ich muss rumkommen, allein weil die Übernachtungsstationen feststehen. Aber ich will auch rumkommen, innerlich. Ich will die Bandbreite haben und dazu muss ich mich beschränken. Das heißt, ich bin überall zu kurz. So ist man ständig gegen die Uhr unterwegs. Man liegt dann abends im Bett und bereitet den nächsten Tag vor. Und man notiert natürlich. Also ich habe immer mein Notizbuch dabei. Ich glaube, wir kommen nie an. Der Reisende ist immer unterwegs. Er ist immer getrieben von der Sehnsucht anzukommen. Ich habe ein paar Sachen besser begriffen vom Oldenburger Land, aber auch da noch längst nicht alles. Deswegen kommt man nicht so an, wie man es sich wünscht. Aber man kommt weiter. Immerhin. Ich war überrascht von der Schönheit der Natur, von der Unterschiedlichkeit. Also Eichenwälder, Hühnengräber, also viele Laubwälder grundsätzlich. Man wird ein anderer, wenn man sich lange solchen Landschaften aussetzt. Natur ist für mich auch eine Herausforderung. Nicht unbedingt im Oldenburger Land, würde ich mal sagen. Aber das muss man bei Natur mit berücksichtigen. Land ist nicht gleich Land, Provinz ist nicht gleich Provinz, Kleinstadt nicht Kleinstadt. Ich bin jetzt nicht von jeder Gemeinde und jeder Kleinstadt begeistert. Aber man findet mehr als ich gehofft habe. Ich habe persönlich mitgenommen, zum Teil, wie einsam man sein kann, mitten in Deutschland. Also hier hat keiner auch nur irgendwie fünf Pfennig Interesse daran gehabt, was ich mache. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Fällt aber auf. Ich habe meinen Begriff von Ferne und Nähe während dieser relativ eigentlich regional gesehen nahen Reise doch nochmal neu überdenken müssen. Meine These ist eigentlich da, wo man den Kopf nicht mehr hebt, ist man zu Hause. Und das zu kapieren, eigentlich war ich ganz glücklich.